Noch ein Wiedersehen. In Kätschens Brust mussten bei der Erinnerung an Graf Friedrichs Brautstand wohl recht bittere, schmerzliche Empfindungen die Oberhand gewonnen und sie gefürchtet haben. Die selben würden sich nicht verbergen lassen, sonst wäre sie doch wohl nicht so ohne einen Abschied davongegangen, zumal sie nicht gleich denken konnte, man würde noch einige Zeit, die sie selbst doch für so überaus kostbar hielt, damit verlieren, sie zu suchen. Ihr Entschluss, nicht mit den anderen über den Neckar zu fahren, hatte zwar schon festgestanden, wie sie ihn auch gegen Gottschalk ausgesprochen. Warum sollte sie auch noch einmal die Strahlenburg betreten, die sie doch bald wieder verlassen musste? Sie begriff vollkommen, wie peinlich ihre auch noch so kurze Anwesenheit da selbst gerade jetzt Graf Friedrich sein müsse. Denn vielleicht wäre es seiner Braut doch zu Ohren gekommen, dass er ein junges Mädchen dahin mit sich gebracht und was würde diese denn dazu gesagt haben? Diese Verlegenheit wollte sie ihm ersparen und sich selbst die Demütigung einer anderen weichen zu müssen, wie viel höher dieselbe auch stehen und wie viel bessere Rechte sie haben möchte. Seitdem Graf Friedrich verlobt war, fühlte sie die Notwendigkeit, ihn zu fliehen. Nur die dringendste Notwendigkeit hatte sie heute noch einmal zu ihm geführt. Dabei hatte sie auch an ihren Vater und ihre anderen Freunde in Heilbronn gedacht. Wozu sollte sie dieselben länger, als durchaus nötig war, um ihre Twillen in Sorge lassen? Bisher war Frau Lisbeth ihre einzige Vertraute und blieb es wahrscheinlich auch, wenn sie am Morgen zeitig zurückkehrte. Wenn diese ihr zuliebe die Unwahrheit gesagt hatte, dass sie über Nacht in Böckingen bleiben gewollt, so schuldete es ihr, sie durch die Tat nicht Lügen zu strafen. In der Finsternis der Nacht durfte sie auch hoffen, noch eher, als am Abend geschehen war, unbemerkt nach Böckingen zu gelangen. Das war aber jedenfalls der beste und sicherste Ort, wo sie sich bis zu Tagesanbruch aufhalten konnte. Die Aufgabe, die sich gestellt, war nun glücklich gelöst. Sie hatte nun nur noch an sich selbst zu denken. Und dennoch war ihr das Herz nicht leicht, wie es sonst nach dem geglückten Gelingen einer schwierigen Tat, nach getreulicher Erfüllung einer richtigen Pflicht durch den Fall zu sein pflegt. Dass wieder sein Graf Friedrichs, die Worte, die sie mit Gottschalk gewechselt und die sich daraus ergebende, sich ihr wieder so recht klar vor die Seele stehlende Überzeugung, dass sie durch unübersteigliche Hindernisse von dem Geliebten getrennt sei, hatten sie zu gewaltig aufgeregt und zu schmerzliche Empfindungen hinterlassen, als dass die Freude über jenen Erfolg dagegen aufzukommen vermochte. Je weiter sie sich von dem Ufer entfernte, desto mehr beschleunigte sie ihre Schritte, denn es drängte sie, das, was für sie doch unerreichbar war, so schnell als möglich hinter sich zu lassen, als ob sie gefürchtet, man könne sie mit Gewalt zur Umkehr zwingen oder ihre eigene Schwäche sie zurückführen. Da der Strich zwischen der Landstraße und dem Flussufer sehr bewaldet war, konnte Kältchen sich gegen eine unerwünschte Begegnung recht gut gesichert halten, wenn sie ihren Weg in der Mitte zwischen den beiden Ersteren wählte. Teils hinderte das dicht verschlungene Gestrüpp, aber ihr ein schnelles Fortkommen und führte andere Beschwerlichkeiten mit sich. Teils wollte sie sich auch in ihrer immer noch nicht ganz geschwundenen Besorgnis überzeugen, ob der Graf von Helfenstein mit seinen Reitern auch noch nicht auf dem Weg herangekomme und sich der Fähre zuwenden werde. Wahrscheinlich würde er in diesem Fall große Eile haben und sie deshalb keine große Gefahr laufen, entdeckt zu werden, wenn sie sich auch dicht an der Straße versteckte. Wenn nun aber Graf Friedrich um ihre Tülle zögerte, sich über den Fluss zu setzen oder wenn er drüben noch nicht einen genügenden Vorsprung gewonnen hätte und von jenen, welche die Fährleute Auskunft erteilen konnten, eingeholt würde, bei dieser Vorstellung begann die Angst vor Neuem ihre Brust zusammenzuschnüren und unentschlossen blieb sie wieder stehen. Sie bereute jetzt nicht lieber gerade heraus erklärt zu haben, dass sie umkehren wolle. Graf Friedrich würde dann ihren Gründen gewiss Gehör und ihr freien Willen gelassen haben. Würde er sich dann aber wirklich Sorge über ihr plötzliches Verschwinden machen? Dachte er überhaupt noch an sie oder trabte er schon fröhlich, der Gefahr in Drohnen zu sein und seine Gegner getäuscht zu haben, der Strahlenburg zu? Diese Fragen, auf die sie selbst die widersprechendsten Antworten erteilte, wurden dadurch unterbrochen, dass sie auf der von Heilbronn her führenden Straße ein zuerst dumpfes, dann immer deutlicher werdendes Geräusch vernahm. Es unterlag keinem Zweifel, es waren die Dritte vieler Pferde, Waffengekehr, selbst Menschenstimmen ließen sich schon unterscheiden. Es mussten die bündischen Reiter sein, die schnell herankamen. Eine unbeschreibliche Angst erfasste das junge Mädchen. Noch war keine Viertelstunde vergangen, seitdem sie Graf Friedrich und dessen Begleiter an der Fähre zurückgelassen hatte. In der Hälfte dieser Zeit konnten die Verfolger dort angelangt sein und kamen ihren früheren Befürchtungen zufolge vielleicht doch noch zu rechter Zeit. Zwar befanden sie sich noch auf der großen Straße, dass sie aber auf derselben bleiben und sich nicht der Fähre zuwenden würden, wenn sie an den Punkt kämen, wo der Weg nach der Letzteren sich abzweigte und Käthchen sich jetzt gerade befand, war umso unwahrscheinlicher, da sie doch nicht annehmen konnte, Graf Friedrich habe um diese späte Stunde noch nicht einmal Laufen erreicht. Viel Ehe ließ sich annehmen, dass sie ihren Plan gänzlich aufgegeben hatten und auf dem alten Wege wieder zurückkehren wollten. Und wenn dann jener auch schon wirklich drüben war, so erreichten ihn die Fährleute doch gewiss. Was war unter diesen Umständen zu tun? Konnte ein schwaches Mädchen diese gewiss durch ihre getäuschte Rache auf das höchste erbitterten Krieger aufhalten? Und dennoch war es Käthchen, als sei es unmöglich, dass sie dem Schicksal freien Lauf lasse. Als müsse sie ihr Werk vollenden und noch etwas für die Rettung des ihr so teuren Gefährdeten sollte sie sich auch vor dem Pferde werfen und sich von deren Hufen zertreten lassen, damit nur wieder einige Minuten Zeit gewinnen würden. Sie hatte sich vorher so gut überlegt, wie sie sich verstecken wolle, falls ihr die Reiter entgegenkommen sollten. Und dazu war jetzt auch noch genügend Zeit und die beste Gelegenheit, dem schon aus der schnellen Ernährung jener ließ sich schließen, dass sie sich nicht große Mühe gaben, das waldige Terrain seitwärts der Straße abzusuchen. Nun auf einmal dachte sie aber gar nicht mehr an sich selbst und wäre nicht imstande gewesen, sich weiter in den Wald zurückzuziehen, wo sie den Vereinigungspunkt der beiden Straßen aus dem Auge verlieren musste. Unmittelstelig zog es sie gerade dahin und hundert neue Ideen, die alle nur ein Ziel hatten, die Rettung des Geliebten, tauchten in ihrem Kopf auf und drängten sie zu dem abenteuerlichsten und gefährlichsten Entschlüsse. Kaum wusste sie selbst, wie es geschah und was sie eigentlich wollte, aber sie flog der Landstraße zu und stellte sich im hellen Mund anscheinend mitten auf dieselbe, während sie der Herankommenden schon erblicken konnte. Auch diese mussten die sonderbare Gestalt, welche ihnen gerade den Weg vertreten zu wollen schien und bei den fahlen Beleuchtungen wohl beinahe gespenstisch erscheinen mochte, bald bemerken. Denn auf einen lauten Kommandorruf nahmen sie eine langsamere Gangart an und nur zwei springten voraus, jedenfalls um sich zu überzeugen, mit wem sie es zu tun haben möchten. Als diese beiden nahe herangekommen waren und einen Weib erkannten, brachen sie dicht vor dem Mädchen ihre Pferde anhaltend ins schallendes Gelächter aus. Und der eine rief ihr dann, Barst zu, Wer bist du, Weib, und was treibst du dich mitten in der Nacht hier auf der Landstraße herum? Käthchen erinnerte sich auf der Stelle dieser Stimme wieder, die sie schon einmal im Helfensteiner Walde gehört und auch die Gestalt des Reiters ließ ihr keinen Zweifel daran, dass sie Graf Benno vor sich habe, wiewohl dieselbe diesmal von Kopf bis zu den Füßen, übrigens ohne Abzeichen seines hohen Standes, geharnischt war und sie die Züge seines Gesichts nicht zu unterscheiden vermochte, da ihm der Mund gerade im Rücken stand. Ihr Entlitz musste ihm dagegen in der hellsten Beleuchtung erscheinen. Auch der andere Reiter war vollständig geharnischt und jedenfalls ein Ritter oder Offizier, in dessen schien er dem Grafen den Vorrang lassen zu wollen und hielt auch sein Pferd weiter zurück. Als Käthchen sah, dass sie nun nicht mehr diesen Männern entrinnen könne, denen zu begegnen, sie noch vor kurzem so sehr gefürchtet. Und als sie sich willkürlich wieder aller Geschichten von dem grausamen Übermute des Helfensteiners erinnerte, welche sie damals von dessen Untertan gehört, sowie auch der schrecklichen Szene im Walde, derer Zeugin sie gewesen war, und bei der er eine so traurige Rolle spielte, stand ihr Herz beinahe still vor Schreck und Entsetzen. Unvergeblich öffnete sie ein paar Mal die Lippen, um eine Antwort auf die an sie gerichtete Frage hervorzubringen. Ihre Zunge versagte vollständig den Dienst. Da rief der junge Graf plötzlich, indem er sich vom Pferde herab zu ihr niederbeugte, um ihr noch besser in das Gesicht sehen zu können. Alle Teufel, das ist ja die Dirne, die mir vor einigen Monaten das Leben gerettet hat, oder ich will nimmermehr selig werden. Bist du denn hier aus den Wolken herabgefallen, Kind? Bei allem Erstaunen, das ich in diesem Ausruf ausdrückte, verriet sich darin doch auch ein Wohlwollen, das bedeutend gegen die erste raue Anrede abstach und wodurch das geängstigte Mätzchen plötzlich ermutigt wurde. Dieser Mann hatte ja wirklich noch eine große Schuld an sie abzutragen und hätte doch ganz verhärtet und böse sein müssen, wenn er sie stattdessen unnötigerweise belästigen und gefährden wollte. Glücklicherweise ließ er ihr auch noch einige Augenblicke Zeit zu überlegen, was sie antworten und wie sie sich benehmen solle. Dann, sich zu seinem Begleiterin, rief er, Seid doch einmal her, Junker von Schilling, ob ihr das Mädchen nicht wiedererkennt, das euch und die anderen Freunde mir damals gerade zur rechten Zeit zu Hilfe schickte. Ich mag meinen eigenen Augen gar nicht trauen, denn es ist doch unbegreiflich, wie wir hier ihr hier wieder begegnen sollten. Jede andere, der jetzt auch näher kam, noch geantwortet, entgegnete Käthchen mit möglichst Ruhe. Ihr täuscht euch nicht, gnädiger Herr, wenn ihr der Graf von Helfenstein seid, als den ihr euch mir damals im Walde bei eurer Burg nenntet. Ich fürchte mich nun auch gar nicht mehr, seitdem ich euch wiedererkannt habe und höre, dass ihr euch meiner noch erinnert. Wetter, so habe ich mich doch nicht getäuscht, rief der Graf, erfreut. Aber warum bist du uns damals fortgelaufen, törich das Kind? Ich würde dir gern gleich auf der Stelle meinen Dank erzeigt haben. Aber davon wollen wir lieber sprechen, wenn wir mehr Zeit dazu haben als jetzt. Mich rufen die eiligsten Geschäfte und vielleicht kannst du mir, da du gerade dieses Weges kommst, noch einmal einen guten Dienst leisten. Habt doch die Güte, Schilling, und lasst unsere Reiter ein wenig auf der Straße anhalten und die Pferde verschnaufen. Ich will indessen ein paar Fragen an dieses Mädchen richten. Der Junge von Schilling wandte sich so gleich sein Pferd und ritt dem schon so ganz nahe gekommenen Reiterhaufen entgegen, der auf seinen Befehl Halt machte. Du hörst, dass wir Eile haben, wandte sich Graf Benno nun wieder an Käthchen. Beantworte mir deshalb schnell und ohne Rückhalt meine Fragen. Wenn ich dir dafür irgendein Gegendienst erzeigen kann, so soll es herzlich gern geschehen. Graf Benno von Helfenstein ist nicht unbeutbar und knickrig, am wenigsten gegen ein so hübsches Kind wie du bist. Woher vor allen Dingen kommst du und du bist in der dortigen Gegend und bist du in dortiger Gegend oder hier zu Hause? Käthchen stützte, welche Antwort sie geben sollte. Sie nannte natürlich nicht gern ihren wahren Namen, da sich aber doch nicht ernehmen ließ, dass der Graf denselben schon einmal gehört, haben könne und sie bedachte, dass sie als die Tochter eines Heilbronner Bürgers immer mehr gegen jede Willkür geschätzt sein werde als ein armes Landbettchen, entschloss sie sich schnell, wenigstens in dieser Beziehung die Wahrheit zu sagen, obgleich sie wohl fühlte, wie schwer es sein müsse, als erstere ihr Umherstreifen auf der Landstraße, bei dem er sie nun schon zum zweiten Mal ertrappte, zu erklären. Er sagte aber ja selbst, dass er nicht Zeit zu langen Fragen habe und so durfte sie wohl hoffen, dass er ihre eigenen Verhältnisse nicht näher zu erforschen suchen werde. Gnädigster Herr, antwortete sie, so viel Unbefangenkeit, wie sie nur vermochte, in ihren Ton legend. Mein Name ist Kältchen Friedeborn und ich bin die Tochter des vielen edlen Herren in der Umgegend bekannten Waffenschmieds aus Heilbronn. Der Teufel auch, rief der Graf überrascht. Von dem geschickten Meister habe ich schon gehört. Was treibst du eine ehrsame Bürgerstochter dann aber hier für eine Mummerei? Und wie bist du damals, als ich dich für eine Landläuferin halten musste, auf mein Gebiet gekommen? Ach Herr, das ist eine lange Geschichte, die ich so schnell nicht erzählen kann, meinte das Mädchen mit einem tiefen Seufzer. Es ist auch eigentlich ein Geheimnis dabei. Wenn ihr mich aber in diesem ländlichen Tracht seht, so kommt das daher, dass ich ein Hut in dem Dorf Böckingen besitze, ein Erbteil meines Großvaters und von da gehe ich öfter wie auch heute zu meinen Verwandten nach Larven hinüber. Sie stoppte, denn das Lügen wurde ihr schwer und sie fürchtete selbst schon auf Widersprüche zu kommen. Hm, machte Graf Bellow, dem diese Erklärung doch wohl sehr wenig genügen konnte, der aber in der Tat nicht Zeit hatte, sich jetzt auf weitere Erörterungen einzulassen. Das ist doch seltsam von deinen Verwandten, dass sie dich mitten in der Nacht so alleine nach Hause gehen lassen. Du kannst Gott danken, dass du keinem Schlimmeren als mir begegnet bist. Wenn du von Larven kommst, hast du freilich noch keinen weiten Weg zurückgelegt. Indessen wäre es doch nicht unmöglich, dass du auf der Straße oder in der Stadt einen Ritter mit zwei oder drei Begleitern, die heute von Stuttgart kommen sollten, gesehen hättest. Vielleicht ist dir gar der Graf Ritter von Strahl persönlich bekannt. Er würde sogleich die Antwort auf diese letzte Frage gehabt haben, hätte er die ihr plötzlich in das Antlitz steigende Glut bemerken können. Aber teils verhinderte dies die mangelnde Beleuchtung, teils wusste sie den Kopf geschickt zur Seite zu wenden und ihre Verlegenheit zu verbergen. Nein, den Herrn, den ihr da nennt, antwortete sie allen Mut zusammen nehmend, habe ich noch nicht gesehen, aber sein Name ist mir wohl bekannt, denn wenn ich nicht irre, hat mein Vater schon hin und wieder eine Arbeit für ihn getan. Aber vier Reiter bin ich wirklich nicht begegnet. Aber vier Reiter bin ich wirklich begegnet. Wo und wann rief Graf Beno beinahe atemlos, vor Korb einer halben Stunde, als ich gerade die Stadt verließ, erwiderte Gädchen zuversichtlich. Es schien mir, als ob sie in dieselbe eintreten wollten. Dann wären sie also von derselben Seite wie ich gekommen, ganz richtig auf der Straße von Heilbronn und ritten gegen Stuttgart. Es schien so. Hölle und Teufel, dann ist unser Anschlag verraten worden. Und sie sind wieder umgekehrt, schrie der Graf wütend. Schilling, Kaltenberg, Hohenthal, kommt doch einmal schnell heran und hört, was mir dieses Mädchen berichtet hat. Wir sind verraten und betrogen. Der schlaue Fuchs ist uns entwischt. Es ist, um rasend zu werden. Und wirklich gebärdete er sich ziemlich wie ein Rasender, indem er seinem Pferd in ohnmächtigem Zorn die Sporen so tief einstieß, dass es sich wild bäumte und das erschrockene, zurückweichende Mädchen beinahe ungestochen hätte. Käthchen triumphierte einerseits über die List, die ihr der Augenblick eingegeben und deren scheinbar so glücklicher Erfolg. Jetzt trat aber auch die Besorgnis um ihr eigenes Schicksal wieder in den Vordergrund, wenn der Graf von Helfenstein sie nur ruhig ihres Weges ziehen lassen und die Denkbarkeit, die er ihr schuldig zu sein glaubte, über seinen Ärger und Verfolgungseifer vergessen wollte. Der gerufene Ritter sprengte heran und auch der übrige Trupp näherte sich ohne Befehl dazu erhalten zu haben. Alle mussten die lauten Worte ihres Führers vernommen haben und waren jedenfalls auf eine nähere Erklärung deselben neugierig. Käthchen befand sich auf einmal zwischen einer zahlreichen Schar von Reitern, deren Pferde sie beinahe berührten und erschienen, als sollte sie nun von ihnen allen ins Verhöhe genommen werden, denn sie fragten und teilten sich ihre Vermutungen und Meinungen bunt durcheinander mit. Am deutlichsten vernahm sie natürlich die Worte des Grafen, der noch immer dicht neben ihr hielt und seinen Genossen vom Adel in großer Entrüstung und unter einer Menge der gräulichsten Verwünschungen, in denen sie eine Bestätigung seiner ihr damals geschilderten Wildheit zu finden meinte, mitteilte, was er soeben von ihr gehört. Aber wer ist das Mädchen? fragten mehrere der Herren dazwischen. Kann man ihren Eingaben auch unbedingten Glauben schenken? Dafür will ich bürgen, ich kenne sie, erwiderte Graf Benno in seiner Heftigkeit und setzte, als ob er diese den meisten noch unglaublich erscheinende Behauptung beweisen wollte, hinzu. Sie ist die Tochter eines Heilbronner Bürgers, des Waffenschmieds Friedeborn. Das Kädchen, rief eine Stimme aus dem dichten Haufen der gemeinen Reiter heraus, verzeiht mir, Herr Graf, aber das muss ein Irrtum sein. Wer wagt mir da zu widersprechen? fuhr Graf Benno noch zorniger auf. Ein Mann zu Fuß in der Kleidung eines Bauern drängte sich zwischen den Reitern hervor und trat rasch in den kleinen Kreis, welchen die Ritter bildeten. Im nächsten Augenblick schon stand er dem Mädchen dicht gegenüber, blickte ihr frech in das Gesicht und rief dann rasch zurückdrehend und ein Kreuz schlagend augenscheinlich erschrocken bei meiner armen Seele, das ist denn das Käthchen von Heilbronn der Teufel treibt sein Spiel mit uns. Käthchens Blut stoppte, sie hätte vor Schreck in die Erde sinken mögen, der Mensch war kein anderer wie Jäcklein Rohrbach. Schuft von einem Bauer, schrie der Helfensteiner riefend und rieb sein Pferd gegen Jäcklein, der gänzlich die Sprache verloren zu haben schien und während er Käthchen noch immer wie ein Gespenst anstatt sich nicht vor der Stelle rührte. Wie konntest du dich unterstehen, mich Lügen zu strafen? Ich glaube, du bist es, der bei uns heute betrogen und in die Irre geführt hat. Bei dieser schweren Beschuldigung unter dem Haufen schnell Gerben zu finden schien, denn zu den Worten des Grafen erhob sich sogleich ein beifälliges Gemorbel, musste Jäcklein doch wieder ganz zu Sinnen kommen, denn sich aus der Bestürzung aufraffend rief er, Herr Graf, ihr tut mir ein bitteres Unrecht an, ich will es euch bei der heiligen Jungenfrau beschwören, dass ich diese Mädchen, das ich sehr wohl kenne, vor wenigen nahe bei Bökingen begegnet bin. Wenn jemand euer Vorhaben dem Grafen von Strahl verraten haben kann, so muss sie es gewesen sein, denn sie hat euch mit euren Leuten in das Wäldchen hineinreiten gesehen. Und wie kommt sie nun plötzlich hierher, zumal in dieser Tracht, die ihr nicht gebührt und die sie vor wenigen Stunden noch nicht angelegt hatte? Eine lange Pause folgte. Alle waren durch diese neue Eröffnung auf das höchste überrascht. Und da Kädchen kein Wort zu ihrer Verteidigung anführte, wurde der von dem Bauer gegen sie angeregte Verdacht schon beinahe Gewissheit. Das arme Kädchen fühlte sich wirklich nicht im Stande mit einer neuen Ausflucht ihrem Ankläger entgegen zu treten. Dieser unerwartete Schlag hatte ihre Kräfte vollständig erschöpft. Sie war dem Umsinken nahe und würde vielleicht wirklich das Bewusstsein verloren haben, wäre der Graf nicht selbst vom Pferde gesprungen und hätte sie heftig am Arme geschüttelt, wobei er mit Donner in der Stimme rief, Dirne, hast du mich wirklich belogen? So bin ich meines Dankes quitt und wollte es dich bitten mit bereuen lassen. So rechtfertige dich doch. Hast du nicht gehört, dass dieser Mann dich beschuldigt, mit dem Grafen von Strahl im Einverständnis zu stehen? Aber Käthchen sagte immer noch kein Wort. Sie gab sich vollständig verloren. Und wenn sie noch einen Gedanken hatte, so war es ersehnlichster Wunsch, Graf Benno möge in seinem Zirne den Dolch gegen sie zücken und in das Herz stoßen. Erzähle ihr was du weißt, schäumte der Graf, während die übrigen schon wilde Drohungen gegen das Mädchen ausstößen. Von ihr bekommen wir jetzt doch kein Wort heraus, aber später wollen wir ihr die widerspenstige Zunge schon lösen. Der Bauer war doch betroffen. Er mochte wohl bedenken, dass er mit seiner Rückkehr nach Bökingen übel aussehen würde, wenn er das dort allgemein geliebte und geachtete Mädchen die Tochter eines Heilbronner Bürgers in Ungelegenheiten gebracht hätte. Aber was blieb ihm jetzt zu seiner eigenen Rechtfertigung noch anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen? Ihm selbst war bereits alles klar geworden. Schon seit einer Weile hatte er seinen Brief vermisst, der den ganzen Anschlag enthielt, aber nicht gewagt, dies dem Grafen mitzuteilen, weil er dessen harte Vorwürfe über seine Unvorsichtigkeit fürchtete. Er hatte für sich vorgenommen, am nächsten Tage ernstlich danach zu suchen, denn an diesem konnte er nicht mehr dazukommen. Dass die beiden Frauen der Begegnung einem Wäldchen ihm so störend gewesen das Papier gefunden haben könnte, war ihm bisher nicht in den Sinn gekommen. Jetzt zweifelte er aber nicht mehr daran. Welch anderer Grund hätte Käthchen wohl sonst bewegen können, dem Grafen von Strahl entgegen zu gehen und ihn zu warnen? Etwas hatte er von dem bösen Gerede der Leute in Heilbronn über das junge Mädchen doch schon gehört und sich seine gehässigen Zusätze gemacht. Denn er liebte die Tochter des Waffenschmieds durchaus nicht, teils aus dem Instinkte, der den Bösen von dem Guten abstößt, teils weil er ihr tief verschuldeter Nachbar in Böckingen sie um ihr hübsches und einträgliches Gut beneidete. Der Graf war nun, wie man doch mit größter Bestimmtheit erwarten gekonnt, nicht gekommen. Das Mädchen befahl sich jetzt oben ein in der Verkleidung augenscheinlich auf dem Rückweg und hatte ihr Vorhaben bereits glücklich ausgeführt, passte das alles nicht zusammen und machte ihm das Geschehen sonnenklar. Diese ganze umfangreiche Erklärung gedachte er dem Grafen von Helfenstein aber doch nicht zu geben, sowohl er sich selbst nicht in der Unvorsichtigkeit anklagen wollte, als weil er wie schon erwähnt fürchtete, man möge ihn daheim jedes dem Mädchen zustoßende Unglück zur Last legen und 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 dafür schwer büßen lassen. Es lag ihm daran, selbst den Beweis zu liefern, dass er sie keineswegs verderben, sondern nur sich selbst rechtfertigen wolle. Diese Absicht ließ er dann auch für sie möglichst deutlich hindurchscheinen. Als er Graf Benno und den übrigen Zeugen berichtete, er habe sie mit der Frau von Berlichingen allerdings auf ihrem Spaziergang nach dem Wäldchen getroffen und von dem Eintriff in das Letztere abzuhalten gesucht. Seine weitere Anklage sei ihm aber nur in der ersten Überraschung entfahren und gründe sich eigentlich auf durchaus nichts. Ja, er fügte sogar mit einem Seitenblick auf Käthchen hinzu, sie möge am Ende doch wohl nur zu ihren Verwandten nach Laufen gegangen sein. Er glaube wenigstens gehört zu haben, dass sie dort solche besitze. Graf Benno und seine Genossen waren indessen durch diesen versöhnlichen Bericht keineswegs beruhigt. Ihr Zorn hatte sie nur von Jäcklein ab und auf Käthchen gekehrt, deren Schweigen ja überdies für ein volles Zugeständnis des ihr zu Last gelegten Verbrechens gelten musste. Nehmen wir die Dirne mit, rief man von mehreren Seiten und reiten wir schnell um die Stadt herum. Hat sie die Wahrheit gesagt, so können wir sie nachher immer wieder laufen lassen. Stellt sich ihr Verrat heraus, so muss sie schwer dafür bestraft werden. Aber bedenkt doch, ihr Herrn schrie er klein Rohrbach dazwischen, indem er sich schützend vor das an allen Gliedern zitternde und betäubte Mädchen stellte, dass sie die Tochter eines ehrsamen Heilbronner Bürgers ist und dass die Stadt schwere Klage erheben würde, wenn ihr ihr irgendwelche Gewalt antun wolltet. Außerdem ist sie meine Nachbarin in Böckingen und ein frommes sitzames Mädchen, wie ich verbürgen kann. Stopf dem dummen Bauern das Maul, was kümmern uns die Heilbronner Spießbürger, hieß es wieder. Und je klein wurde uns selbst zur Seite gestoßen. Er glaubte nun auch ganz genug für seinen Zweck getan zu haben. und machte keine weiteren Einwendungen, die so übel aufgenommen wurden. Graf Benno wurde der Sturm endlich doch zu laut und er begriff auch, dass er eilen müsse, wenn er Graf Friedrich noch auf der Landstraße hinter Larven einholen wolle. Weit gegen Stuttgart hin konnte er sich auf derselben doch nicht wagen, weil er fürchten musste, dann auf herzogliche Truppen zu stoßen. Der Ärger über das verfehlte Unternehmen sowie die Aufregung bei der letzten Szene machten übrigens ihn sowie alle seine Begleiter so kopflos, dass kein einziger von ihnen auf den Gedanken kam, Graf Friedrich könne noch einen Seitenweg eingeschlagen haben. Sie waren auch sämtlich nicht so bekannt in dieser Gegend, dass sie wussten, man könne die Strahlenburg auch erreichen, wenn man sich der Neckar-Fähre Erglein-Rohrbach hielt es aber für das Geratenste gar nicht darauf aufmerksam zu machen, sich überhaupt nicht mehr in die ganze Sache zu mischen, er dachte nur noch daran, wie er eine Gelegenheit finden könne, sich aus dem Staub zu machen. Wirklich benutzte er auch die allgemeine Verwirrung bei dem schnell stattfindenden Aufbruch, glatt vorsichtig, litt vorsichtig, indem sich längs der Landstraße hin ziehenden Graben und blieb darin unbeweglich liegen, bis Daufen sich eine gute Strecke entfernt hatte. Dann sprang er auf und lief so schnell in seine Füße tragen wollten gerade querfeld ein nach Bökingen. Wohl war ihm bei der ganzen Sache keineswegs zumute und auf bedenkliche Folgen des Abenteuers musste er sich schon immer gefasst machen. Graf Benno hatte inzwischen auch einen kurzen Entschluss gefasst, was er mit Kältchen eigentlich beginnen sollte, wusste er eigentlich selbst noch nicht, denn sein Handel mit der heiligen Feme, der ihm heute wieder recht lebhaft in Erinnerung gekommen war, hatte ihn doch vor gar zu übermütigen Gewaltstreichen gewarnt. Deshalb hätte er das Mädchen auch wohl gehen lassen, aber teils musste er allen Ernstes befürchten, seine ermitterten Reiter möchten doch noch Gelegenheit finden, sich an ihr zu Rechen, wofür ihm dann jedenfalls die Verantwortung zugeschoben worden wäre. Teils erinnerte er sich auch, dass er das Mädchen schon einmal bei hellem Tageslicht sehr schön gefunden habe und mit der Zeit kam ihm vielleicht guter Rat und er fand in einer Beziehung doch noch Ersatz für vielen Verdruss, den er an diesen Tagen schon gehabt habe. Er befahl deshalb einem Reiter Kähnchen vor sich auf den Sattel zu nehmen, aber die größte Sorge für sie zu tragen und auch jetzt noch leistete sie keinen Widerstand und konnte nicht einmal eine Bitte hervorbringen. Sie sah und hörte alles, was mit ihr vorging, aber einen richtigen Begriff davon vermuchte sie sich nicht zu fassen. Die Reiter trabten nun wieder scharf vorwärts und hatten bald Laufen erreicht. In der Nacht waren die Stadttore geschlossen und der Graf von Helfenstein machte auch keinen Versuch Einlass zu begehren, wiewohl ihm derselbe zufolge seines Gleitschreibens des Bundestags von den Bürgern nicht hätte verweigert werden können. Er verlor weniger Zeit, als die Verhandlungen wegen des Öffnens der Tore gefordert haben würde, indem er einen kleinen Umweg außerhalb der Mauer machte und jenseits der Stadt wieder auf die Landstraße gelangte. Diese letztere führte nun über das ungefähr zwei Meilen entfernte Städtchen Besigheim am Zusammenflüsse des Neckar und Enns blieb eine Strecke weit links liegen und später hin weiter Ludwigsburg nach Stuttgart. Zu weit auf derselben vorzudringen wäre aber für die bündischen Reiter eine große Unvorsichtigkeit gewesen, dass sie nicht mit Bestimmtheit wussten, wo der herzoglichen ständen. Graf Benno hatte wohl auch auf diese besondere Begünstigung durch den Zufall gerechnet, wenn er noch nicht die letzte Hoffnung aufgab, den Gesuchten zu erreichen. Denn, dass derselbe einen bedeutenden Vorsprung gewonnen haben müsse, ließ sich leicht berechnen. Da er sich aber bald überzeugen musste, dass Ersterer nicht eingetreten sei, beschloss er allerdings in Schillerwut, die Verfolgung ganz aufzugeben. Er hatte dadurch nicht Lust, sich selbst einer Gefahr auszusetzen. Den ermüdeten Leuten und Pferden war auch nicht mehr zuzumuten und ein ganz in der Nähe liegendes Schloss, welches einen ihm befreundeten und augenblicklich auch der Partei des Bundes angehörigen Herren von Leinberg gehörten, schien ein bequemes und sicheres Nachtquartier darzubieten. Hiermit höre ich auf, Fortsetzung morgen. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.